Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um die Bosch DFL 064A50 Serie 4 Flachschirmhaube. Wenn du noch nicht genau weißt, ob diese Dunstabzugshaube für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zur Dunstabzugshaube unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Ja, wer zu Hause in den eigenen vier Wänden viel kocht, der kann auch wahrlich einiges mit so einer Dunstabzugshaube anfangen. Denn Dunst ist in der Wohnung wirklich nicht so super, ja. Das kann zu Schimmel führen, generell riecht es nicht so gut, ja. Und einfach diesen Dunst in der Wohnung ausbreiten lassen, das ist wirklich nicht die beste Idee. Gerade deswegen ist das Prinzip Dunstabzug ja so beliebt, ja. Lohnt sich aber wirklich nur dann, wenn oft zu Hause gekocht wird. Was diese Dunstabzugshaube anbetrifft, so gefällt mir das Preis-Leistungs-Verhältnis in der Tat gut. Ich bin der Ansicht, dass du hier nützliches Zubehör für deine Küche zu einem fairen Preis erwerben kannst. Das ist aber natürlich nur meine Ansicht. Mach dir auf jeden Fall dein eigenes Bild zu dieser Dunstabzugshaube, bevor du eine Kaufentscheidung triffst. Ja, braucht man Dunstabzug zu Hause überhaupt? Diese Frage stellen sich viele Leute. Wenn du häufig in Restaurants essen gehst oder wenn du häufig Essen liefern lässt, ja. Und dementsprechend nicht so oft kochst, würde ich sagen, ist die Anschaffung natürlich weniger wichtig. Es geht wirklich darum, wer häufig kocht. Und ja, der Dunst in der Wohnung ist halt wirklich nicht so optimal, wenn sich so diese fettreiche Kochluft zum Beispiel in den Wänden verfängt oder auf den Möbeln sich ablagert. Das ist wirklich nicht so optimal für die Qualität von deiner Wohnung. Und genau deswegen ist das Konzept Dunstabzug so nützlich. Für Familien, die wirklich, wirklich viel und gerne kochen, ist das durchaus eine hervorragende Anschaffung, ganz klar. Aber wie bereits gesagt, ich will dir hier auch wirklich nichts aufquatschen. Ich kann hier in erster Linie das Preis-Leistungs-Verhältnis der Dunstabzugshaube bewerten. Und das macht auf mich einen guten Eindruck. Wie das Ganze auf dich wirkt, das kann ich natürlich so gesehen nicht beurteilen. Das ist stets deine Auffassung. Eine Dunstabzugshaube lohnt sich auch nicht immer, ja, das ist auch von Fall zu Fall abhängig. Aber gerade, wer viel kocht, ja, und seine Wohnung vor Schimmel, vor fettreicher Luft, auch vor dem Geruch, na klar, schützen möchte, für den kann sich das definitiv lohnen, sich so ein Zubehör anzuschaffen, ist jetzt, ich meine, es gibt auch teureres Kochzubehör, machen wir uns nichts vor. Da gibt es definitiv noch, ja, größere Anschaffung für die Küche, würde ich mal sagen. Da ist so eine Dunstabzugshaube jetzt wirklich nicht das, was so rein schlägt. Aber ganz klar, das muss jeder selbst beurteilen. Mir gefällt das Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Dunstabzugshaube gut und deswegen kann ich sie auch empfehlen. Das Amazon-Angebot zur Dunstabzugshaube werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit diesem Ratgeber weiterhelfen konnte und wünsche dir viel Spaß und Erfolg beim Kochen in deinen eigenen vier Wänden. Alles Gute und einen wundervollen Tag.